Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Unreal World mit unseren Oskari. Und Oskari ist müde und auch hungrig, deswegen werde ich hier jetzt mal reinzoomen. Ist das in der Gegend? Ist aber nicht schön hier. Naja, egal, wir werden uns ja auch nur kurzfristig aufhalten. Zum einen werden wir jetzt erstmal was trinken, dann noch ein bisschen was essen. Und dann ins Wasser reingehen. So, aber nicht schwimmen und dann bitte fischen. Mit der Fishing Rod. Das war mal wieder nichts. Sehr schön. Aber nicht gerade viel. Naja, immerhin haben wir was gefangen. Das ist mir auch nicht ganz unwichtig. Ist ja nicht immer meckern. So, dann müssen wir jetzt natürlich wieder Feuerchen machen. Noch ein paar Zweige brauchen wir dafür sicherlich. So, und machen dann ein Feuerchen. Das Ganze wieder... ...braten oder rüsten in dem Fall. Und den Roach auch. So, da können wir dann alles schon aufheben. Schon fertig. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum die beiden Purches hier nicht mehr zusammen sind. Die haben nach dem Zubereiten jetzt unterschiedliche Qualität. Könnte also sein, dass hier die obere Purch eine gute Qualität hat und die darunter einfach schlecht gebraten ist, eine schlechte Qualität hat. Deswegen sind die jetzt aufgesplittet in mehrere... ...teile halt. Jetzt erst ist er... ...satt. Geschlafen. You feel comfortable and safe. Okay. Bisschen was trinken. Bisschen was essen. Bisschen ins Wasser gehen, aber nicht schwimmen. Und nochmal fischen. Mit der Fishing Rod. Jupp. Jupp. Bringt gar nichts. Super. Oh nö, ne? Vielleicht mal was trinken. Noch ein bisschen was essen. Wir haben nichts mehr zu essen. Toll. Toll. Hurra, hurra, a perch gefangen, wie viel ist denn das? Zwei Pfund, das ist nicht gerade viel. Wer soll ich denn jetzt hier hochklettern? So, machen wir das Ganze nochmal so wie am Abend zuvor. Zwicks abbrechen, also Zweige abbrechen. Feuerchen machen. Und den Fisch rüsten. Halbe Stunde braucht der. Aufheben und Essen. Haben wir noch was von? Ne, alles aufgegessen. Gut, dann werde ich hier jetzt mal rauszoomen. Ist jetzt glaube ich nicht der ideale Ort zum Fischen. Aber jetzt müssen wir schnell einen Ort finden, der gut ist. Naja. Welcher Ort ist schon wirklich gut? Ein See wäre natürlich nicht schlecht. Da kann man auch gut drin angeln. Nehmen wir einfach den hier. Zoomen wir mal rein. Ja, ist ein kleiner See. Schön. Mitten in der Nacht. Wir sind relativ müde. Müde, das heißt erstmal hinlegen. Und schlafen. Guten Morgen, Finnland. Nichts mehr zu essen, das heißt wir müssen ins Wasser rein. Aber nicht schwimmen. Und wieder angeln. Ja, es geht schon wieder ums nackte Überleben hier. Was ist das? Ein Ghost Walk? Okay. Wie auch immer. Wie soll ich denn einen Vogel fangen? Ja, mit Pfeil und Bogen wäre eventuell... Hm. Ich kann ihn nochmal zum Fisch fangen. Super. Ich werde erstmal was trinken. Gott sei Dank. Aber viel ist das auch nicht, oder? 0,7 Pfund. Wir fischen weiter. Wir angeln weiter. 6 Purchase. Immerhin. Das ist aber, glaube ich, noch nicht genug, um satt zu werden. So. Es regnet relativ wenig, habe ich festgestellt. Haben wir überhaupt schon Regen gehabt? Glaubt nicht, oder? 8 Pfund Fisch haben wir gefangen. Das ist natürlich gut. Was war das denn? Mia! Mia! Das ist, glaube ich, so eine Möwe, oder was? So. Der Fisch ist schon mal fertig. Beides aufheben. Hoppala. Und essen. Und die 6 Purchase machen wir jetzt natürlich auch noch. Mhm. Hier bleiben wir jetzt aber nicht die ganze Nacht. Ist ja hier, pfff, Theater. So, ist der Fisch schon fertig? Der ist fertig. Und lecker essen. Sehr schön. Können wir nämlich jetzt noch ein bisschen was trinken. Du sollst trinken. Und dann können wir uns hier nochmal hinlegen. Und dann schlafen wir. Small Hours. Das heißt, ja, praktisch mitten in der Nacht sind wir jetzt wieder aufgewacht. Aber das macht nichts. Trinken. Du solltest trinken. Huhn vor allem sollst du jetzt auch noch was essen. Gut. Die Idee mit dem See war nicht schlecht. Aber ich begebe nicht Richtung Meer zurück. Na, komm. Immer die Hügel mitnehmen. Und wir haben einen Weasel. Oh, habe ich Nein ausgewählt? Na, ist egal. Ich hätte es eh nicht töten können als Weasel. Ähm. Ich glaube, ich lasse mich. Ne, ist auch doof hier. Kann ich mich nicht niederlassen. Denn ich habe mir überlegt, dass wir jetzt eventuell ein paar Sperre bauen könnten. Um dann für so einen Fall, dass wir mal wieder auf ein Tier treffen. Dieses Tier dann einfach mal jagen zu können. Ganz praktisch, oder? Wenn wir auch mal was anderes essen könnten. Außer immer nur Fisch, Fisch, Fisch. Nicht, dass ich mich beschweren will. Ich meine, toll, dass wir überhaupt Fisch gefangen haben. Ich kann mich noch an die eine Version erinnern, als es so extrem schwierig war, Fisch zu fangen. Mein Gott, was er sich da bei ihm gedacht hat, der Entwickler. Gut, dass er das vielleicht geändert hat. War nicht schön zu verhungern. Kein schönes Gefühl, kann ich euch sagen. So. Ja, du sollst Fisch essen, natürlich. Das war so lange, bis du rülpst. Richtig. Rülps, rülps. Ah. Und jetzt kommen wir natürlich Richtung Süden voran. West of Sartola, sagt er da oben. No Man's Land. Das deutet mehr oder weniger, dass wir hier wahrscheinlich auf überhaupt gar keine Zivilisation treffen werden. Auf die Karte gucken. Das ist noch ein weiter, weiter Weg. Ganz, ganz weiter Weg. In den Süden. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Direkt vor uns. Wir wielden mal unseren Steff. Und dann werden wir uns anschleichen. Geht nicht mehr, weil er uns schon gesehen hat. Egal. Dann probieren wir den Steff nochmal zu werfen. Gut, dass ich auch den Stern werfen. Weil ich ihn genau an der Schläfe treffe. Weil wir können es natürlich klappen. Wir zielen natürlich auf den Body. Und schmeißen das Ding gegen den Baum. Ja. Gut, dass der nicht zum Angriff übergegangen ist. Ich glaube, so ein riesiges Vieh. Das ist... Das hätte uns durchaus gefährlich werden können. Wasser! Das sieht mir aus wie ein wunderbares Nachtquartier hier. Das ist mal was. Du sollst doch da drin bleiben. Du sollst doch nur was trinken. Nicht wieder rauszoomen. So, trinken. Essen. Immer wenn der Rölbser kommt, ist er dann pappesatt. Und ins Wasser gehen. Aber wie immer nicht schwimmen. Hier angeln wir da. In der Hoffnung, was zu fangen. Super klappt das. Ja, wird total genial. Das sind extrem detailliert. Können wir es noch einmal versuchen. Okay. Ja, ja. Immer insgesamt... Zehn Pfund Fisch. Warum nicht? Dankeschön. Können wir es noch hin? Extrem detailliert. Ähm. Am späten Abend. Na, wisst ihr was? Wir legen uns jetzt hier hin. So. Und pennen. Erstmal können wir morgen früh kochen. Jetzt sind wir auch noch wach geworden durch den Regen. Das ist klar. In der späten Nacht. Ähm. Ähm. Hm. Sollen wir was trinken? Dann versuchen wir mal Feuer zu machen. Natürlich jetzt im Regen nicht die beste Voraussetzung. Ist klar. Aber probieren wir es einfach mal. Ja, hat doch geklappt. Und das heißt, wir können den Fisch zubereiten. Das ist ein Spike erst mal. Die braucht wie lange? A few hours. Die Purches sollten aber definitiv schneller gehen. Die brauchen eine halbe Stunde. Ah, das ist mal eine halbe Stunde. Können dann die Purches aufheben. Können dann auch was essen. Sehr gut. Und die Roasted Pike, die da liegt, die braucht wie gesagt noch ein bisschen was. Und die ist jetzt auch fertig. Okay, wie viel Essen haben wir denn dann jetzt? Ja, noch knapp 10 Pfund essen. Das ist noch ein Blend. Roasted Purches ist natürlich alles andere als toll. Mitten in der Nacht ziehen wir weiter. Jetzt haben wir erstmal genug zu essen. Oder, naja, sagen wir mal so viel zu essen, dass wir nicht sofort verhungern werden. Das war ein Wolf. Mh, lecker Wolf. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Sich mit dem Wolf anlegen. Da ist noch ein, ist das ein Rentier? Ne, das ist kein Rentier. Das ist ein Hirsch. Brauche ich gar nicht hingehen. Bringt eh nix. Werfe ich wieder den Steff und dann, äh, treffe ich ihn wieder am Vorderlauf und dann, äh, nicht mal Katzer. Bringt also nix. Du sollst mal bitte hier hochgehen. Genau. Mal umgucken. Ähm... Machen wir folgendes. Wir werden hier mal ein etwas, ähm, längeres Lager aufschlagen. Dafür werden wir den Baum hier oben fällen. Achso, der ist schon wieder müde. Ja, gut, dann pennen erstmal. Mein Gott. Kannst auch aufstehen und den Baum fällen. So, reißen Länderschwangs. Dann brauchen wir jetzt noch Zweige. Können wir von den Bäumen hier direkt über mir Zweige abreißen? Branches. Ich glaube, wir brauchen Zwicks, ne? So war das doch. Zwicks brauchen wir. Was ist das denn hier? Mushroom. Growing Star-Wing Mushrooms hier. Keine Ahnung, ob die, äh, gefährlich sind oder nicht. Vermutlich. Wie viel jetzt fix brauchen wir nochmal? 30? Das sollte auf jeden Fall genügen. Ja. All hier rüber. Auf den Haufen. Und jetzt, wo unser Gebäude fast gleich fertig ist, ähm, hört es auf zu rechnen. Bauen wir doch unseren Shelter hier nach links. Und, wenn wir kurz gucken, das machen wir womit? Mit, bup, 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 mit Building vermutlich. Ja. 20 brauchen wir dafür nur. Okay. Kein Problem. Ähm. Wir können nicht weiter arbeiten, weil wir zu müde sind. Also pennen wir nochmal. Geht es uns jetzt besser? Naja, auf jeden Fall. Naja, es regnet wieder, aber okay. Oh, und damit ist unser Unterschluck fertig. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich auch im Trockenen auch sein. Können wir was essen. Und gehen noch was trinken. So, und jetzt ist die Frage Javelins. Ich will mal ein paar Javelins bauen. Also, Speere. Mit dem wir dann jagen können. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Ähm. Müssen wir nochmal gucken. Das geht dann, glaube ich, über Carpentry, glaube ich. Oder? Bop, 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 bop. Nein. Hier können wir nur den Bogen bauen. Arrows. Wenn es nicht über Carpentry ist, dann überbilden ist es sicherlich auch nicht. Aber Timbercraft vielleicht. Ähm. Nein. Über Trapping. Kann es über Trapping sein? Dann können wir nur eine Falle bauen. Loops. Ne, ist auch eine Falle. Und Trappits können wir bauen. Muss ich mir nochmal schlau machen, wo man Javelins bauen kann. Oder machen wir am besten nach dem Regen. Und in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye. Vielen Dank.